Moin Moin und Grüß Gott liebe Kunden. Viele Grüße aus unserem Media Keller Minden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassennotagesysteme. Wir als Spezialisten für Terrassen unterverzubezogene Terrassenzubehörartikel für alle Belegungen, egal welche Terrassenformen, möchten Ihnen ganz gerne, liebe Kunden, mal zeigen, was man mit unserem System eigentlich alles bauen kann. Keine bunten Bilder, keine gestellten Terrassenballnotage, sondern folgen Sie uns auf echte Baustellen von echten Kunden. Kommen Sie mit. Ich habe auch schon mit. Ich habe auch schon mit dem Holzgeboden gezogen. Ich habe auch schon mit einem Geld für Vorsprung. Ich habe auch schon mit mir Familie und ich habe auch schon mit dem Holzgeboden. Ich habe auch schon mit dem Holzgeboden geholfen. Musik Lernen Sie Systeme kennen. Lernen Sie perfekten Terrassenbau kennen. Lernen Sie im Grunde die Möglichkeiten kennen, die Lösungen, die Sie haben, mit Terrassensystemen Ihre Wünsche zu realisieren. Lassen Sie sich nicht sagen, das geht nicht, das gibt es nicht, das kann man nicht. Fragen Sie an. Nutzen Sie unsere Kompetenz. Nutzen Sie genau wie viele tausend Kunden vorher unsere Beratungskompetenz, unsere Systeme, um Ihren Terrassenwunsch zu realisieren, unabhängig vom Belag, unabhängig ob Pool, ob Garten, ob Balkon, ob Dachterrasse. Wir sind für Sie da. Ihr Team von GS Terrassen und Montagesystem.